So, 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 hallo und willkommen zurück zu Let's Play Darksiders. Ja, unglaublich, es geht mal weiter bei mir. Und ich hab's zwar schon in Sunshine erwähnt, aber auch in diesem Projekt erwähne ich's. Es gab jetzt eine etwas längere Zeit keine Videos von mir. Und ja, das lag daran, ich war auf der Gamescom und da hab ich mir ne Erkältung zugefügt. Ist das nicht schön? Zugefügt. Halt. Aufgeschnappt. Ihr versteht schon. Und ja, deswegen ist ein bisschen was ausgefallen. Es tut mir leid, aber jetzt geht's ja endlich weiter. Hey, und wo waren wir denn im letzten Part? Ich hab keine Ahnung. Wir waren hier in dem... Wie heißt denn der? Dungeon. Äh, das Ascherland. Genau, wir waren im Ascherland. Und haben hier anscheinend aufgehört. Ah, ja. Fange ich ja gleich mit dem Bossfight an, oder was? Oder wie? Hi. Das geht. Na, Friends? Was geht bei euch? So, und... Boom. Und we haben... Boom. Haha. Sehr schön. Oh, das war cool. Oh, das war cool. Ach, hi. Na, was geht bei dir? Puh. Au, au, au. Lass du das mal? Hallo? Habe ich dir das erlaubt, mich hier einfach zu verprügeln? Nein, hab ich nicht. Geh weg. Und... Bäää. Boom. Zack. Bam. Schöne Sache. Ach, schön. Ich hab das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Ich jetzt echt schon, wie ich es nur mal machen soll. Aber wie gesagt, ich konnte nicht. Weil du war... Hi. Bist du der Boss? Bäää. Ne, äh, zwei von euch? Herzhaft? Okay. Da. Geh weg. Ich drück schon... Wieder die falsche Richtung bei der Kamera. Au. Wow. Was? Warum? Wer schießt da auf mich? Da. Wisst ihr was? Chaos. Kisch. Halt. Ha. Ha. Fri haben. Okay, es war wahrscheinlich unnötig. Aber gut. Ich wollte es halt mal machen, ne? Warum ist jetzt meine Chaosgestalt weg? Egal. 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 So. Boom. Boom. Äh. Woll ich zwar nicht, aber gut. Zorn. Ja, Zorn hätte ich ja mal einsetzen können, ne? Ich hab immer noch nicht meine Hype suchen ausprobiert. Das... Hoffe ich denke nicht mal dran. Dass ich die mal ausprobieren will. Zack. Geht das kaputt, nö? Scheint nicht. Oder doch? Keine Ahnung. Bam. Ah, die ist noch eine Gesundheitsdroh. Die trifft sich. Ich hab ein bisschen Gesundheit verloren. Yay. Schön. Na gut. Der Kollege hat seine Waffe fallen gelassen. Na dann, äh... Frakturkanone. Schießt gezackte Splitter, die sich in Oberflächen bohren und detonieren, wenn sie ausgelöst werden. Drücken sie RT, um einen Splitter zu schießen und drücken sie LT, um ihn detonieren zu lassen. Ah ja. Ah ja. Bumm. Ah, aber nur einen. Ne. Ganz viele. Eins, zwei, drei... Vier... Vier... Eins, zwei... Drei... Vier... Vier... Vier anscheinend. Okay. Na dann. Zeigt mal, Gegner, was ihr könnt. Da liegt noch so ein Ding. Natürlich. Hi. Na, was geht? Buh. Bea. Haha. Sehr schön. Au, 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 au. Au, wa. Lass das sein. Und tschüss. Ha, 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 ha. Wo schreit sie rum? Ich schieße euch alle ab. Keine Sorge. Äh. Genau das wollte ich. Nein. Boah, lass das. Lass das einfach sein. So. Und tschüss. Ha, ha, ha. Gut, wo sind die Gegner? Komm, mehr Gegner. Ich brauche Seelen, verdammt. Ich weiß gar nicht, wie viele Seelen haben wir denn da eigentlich? Ich sag einfach mal, wir brauchen Seelen. Seelen kann man immer gebrauchen. Zack, 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 zack. Bea. Und Bea. Uh. Ach, schön ist das. Äh. Hab ich mich grad selbst abgeschossen? Das war smart. Auf jeden Fall. Da kamen wieder Gegner. Kommt her! Ihr kriegt allen einen Splitter ins Gesicht. Du auch. In dir hindern. Hahaha. Diese Grausamkeit. Tod kennt keine Gnade. Keine Gnade. Er droht. Krieg. Falsches Spiel. So, gar nicht, dass da auch kaputt war. Nö, es fliegt einfach durch, natürlich. Ich mein. Äh. Ich leg mal kurz das Ding weg. Schau mal, ob es da hinten noch was gibt. Ich glaube aber nicht. Boom. Äh. No. No. Nein. Ah, au. Aua. Lass das einfach sein. Beams. Beams. Au, au, au. Okay, du willst so. Du willst so. Wo ist meine Waffe? Ich hab hier keine Waffe. Natürlich. Ah, dann lege ich einmal der Waffe ab, ne? Verreckt. Du ekelhafter. Gib mir die Waffe, Mann. Komm her. Boom. So, jetzt hab ich wieder eine Waffe. Und die geb ich nicht mehr her. Nö, ist das nicht. Okay. Okay. Davon liegt doch eine Waffe. Lagt sich schon die ganze Zeit da. Endlich hab ich voll verpennt. Sorry. Boah, Alter. Kommt halt noch näher. Ihr Ekelhafter. Lass mich in Ruhe. Danke. Noch mehr? Gut, dann brauch ich meine Waffe wieder, ne? Anders geht das nicht. Boah. 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 Ich spreng mich immer selbst mit in die Luft. Boah. Hat ich schon mal weh, dass ich... Ah, diese Steuerung nicht mag. Diese Godzilla-Steuerung. Okay. Ja. Au. Au. Lass es doch. Und tschüss. So, mehr? Oder war's das? Nein, es kommt natürlich noch mehr. Hallo. Äh. Was tut der da? Wir fürchten dich nicht. Das solltet ihr aber, Kollegen. Denn ich mach euch Ärger. Ihr werdet schon noch sehen, wie das alles ist. So, und jetzt noch dich, Kollegen. Bums. Und du da hinten bist auch noch dran. Das war voll die Kiste erwischt. Du kriegst gleich schon mehr. Bleib mal ruhig. Und Bea. Ha, ha, ha. Okay, jetzt konnten wir also die... Äh, die... Die Truppe? Die Brücke belagert. Wie komme ich jetzt auf Truppe? Egal. Ich seh' hier einfach mal die Brücke. Das passt schon. Zack. 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 Schöne Sache. Okay, das ist ein fetter. Das ist aber auch kein Problem. Ich schieße einfach mal alles weg, was hier in die Wehre kommt. Hallo, verrechst du mal? Danke. Kannst du mal Kopfschießen. Ist das nicht schön? Oh Gott, was ist denn hier geschmissen? Alter. Wo fliegen diese Gegner hin? So, ich höre doch irgendwo noch welche. Aha. Guck mal, ziehe ich noch mehr. Okay, ich konzentriere mich wieder auf die Brücke. Da glaube ich mehr Sinn. So, komm ran. Tschüss. Nächster. Hallo, haupt's die Rayday. Mehr? Oder war's das langsam? Glaub, es wird ruhig. Glaub, das war's. Okay. Genial. Okay, warum nicht? Das war jetzt schön. Das war ein schönes Seelengefahren auf jeden Fall. Und die Gesundheitskiste nehme ich gleich mit. Ne, war frisch. Da, natürlich war's das noch nicht. Natürlich war's das noch nicht. Klar. Au. Buh. 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 Au. Bum, 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 bum. Au. Boah, was machst du denn hier? Verpiesel dich. Der rückt mir ein bisschen zu eng auf die Pelle. Ist jetzt vorbei? Oder war da noch einer? Nee, die Musik hört auf. Das ist immer ein Zeichen. Hey, es hört auf. Ich behalte jetzt meine Waffe in der Hand. Bis ich hier durch bin. Dann kommt doch bestimmt noch mehr. Das war's doch noch nicht. War doch klar. War doch sowas von klar. Leute. Buh. Au. Au. Buh. Schöne Sache. Gibt mir was? Nein. Wo sind denn noch welche? Ich höre sie doch immer. Aber ich sehe sie mir nicht. Er scheint trotzdem nicht. Okay. Wir müssen noch eine Gesundheitskiste. Ja, warum nicht? Kannst du auch übertreiben? Aber sprichst du einfach runter, Krieg. Ich wollte da oben die Kisten. Vielleicht aufmachen. Vielleicht wäre das Seelen drin gewesen. Aber Krieg denkt sich aber, was? Du willst Kisten? Aber man, nee. Das sehe ich anders. Ich habe schon getriggert. Er kann uns nicht alle töten. Aber nicht los. Er kann uns alle töten. Ja. Dann sind wir schon alles. Die Kisten ist, glaube ich. Aber dass... lık ist das! Ne! Also... Dann ist das Supereid bankrupt. Ekelhaft Okay, ihr wollt aufs Maul Das können wir einrichten Du mit deinem komischen Pferd Du kommst jetzt her Aua Au, au Oh, das arme Pferd Und Bär Schuh Hinterherspringen Komm ran Komm ran Komm ran Bär Das wollte ich zwar nicht Aber gut Noch mehr Reiter Okay Ist da was Kommt her Ihr Ekelhaften Ich mach euch alle platt Ihr habt keine Chance gegen mich Haha Yeah Oh ne Ein fetter auch noch Äh Okay Okay Das wird ein bisschen viel hier Langsam Ähm Hehehe Das sind überhaupt nicht viele Nein Okay Mia So Okay Bekämpf die sich eigentlich gegenseitig Macht das Spaß? Okay Von mir aus Grafen? Nö Seh ich nicht Warum? Und nochmal Chaosgestalt Haha Haha So komm her Du Kollege Du klaust dir meine ganze XP weg Hör auf damit Lass das einfach Ja Zack Ach ja Ist das aber Es wird schaffen Mich zu töten Leute Ja Ja Du enttäuscht mich Reiter Du siehst von hier oben Ziemlich klein aus Du kannst mir in die Augen sehen Wenn ich dich töte Mal sehen wie weit du kommst Reiter Mit nur zwei Beinen Die dich tragen Hi Hallo Leute wisst ihr was Ich bin mal ganz frech Und mach an dieser Stelle einfach mal den übelsten Cliffhanger Weil Dieses Pferd habt ihr gesehen Haaa Wer sag ich dazu nicht Wer sagt Man sieht sich dann Im nächsten Part Wieder Also dann Bis dann Ciao Leute Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Vielen Dank.